Du kommst nicht aus Amerika? Nein, ich bin doch nicht schwarz. Was bist du? Ich bin aber nicht schwarz. Hi! 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 I'm welcome! I'm welcome! Hi! Hallo Leute! Ich habe ein paar Kinder heute eingeladen und wollte sie verschiedene Frühstücke aus aller Welt zeigen. Weil in jedem Land ist ja das Frühstück bisschen anders. Und deswegen, ja, aber... Sag mal, eins, zwei, drei... Äh... Hi! 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 And welcome! Hi! 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 And welcome! Hi! 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 Du bist eine alte Kuh! Wie heißt du denn? Lina! Lina, wie alt bist du? Fünf! Ich heiße Lia und bin acht. Fünf! Du heißt Fünf. Wie alt bist du? Äh... Fünf wie? Fünf wie? Fünf! Fünf wie? Fünf! Wie heißt du? Elias! Oh, noch ein Elias. Der davor hieß auch so. Wie heißt du? Melan! Melan? Mhm! Diana, bin sechs! Gibt es da was zum Frühstück, was du nicht magst? Mhm! Brokkoli! Brokkoli zum Frühstück? Oh, ich liebe Brokkoli! Kaffee! Mhm! Lecker? Ja! Dir schmeckt? Ja! Dir schmeckt? Ja! Auf jeden Fall, kriegst du heute mal Frühstück aus anderen Ländern. Hast du schon mal Frühstück aus anderen Ländern gegessen? Nein? Aus Deutschland! Aus Deutschland! Heute geht es aber um internationale Frühstück. Also andere Länder. Magst du nicht anders? Deutschland ist auch ein anderes Land. Deutschland ist auch ein anderes Land? Wo sind wir denn sonst? Deutschland? Wir sind nicht in Deutschland. Wo sind wir denn sonst? Köln! Köln! Achso! Wir sind in Köln! Köln! Stimmt! Blau für dich! Rosa für dich! Und Toast mit Butter und Streusel und Schokomähn! Oh, lecker! Oh, lecker! Oh, lecker! Probier mal! Ich trinche einfach das! Lecker! Ja, schmeckt das lecker! Und dir? Mir schmeckt das auch gut! Auch lecker! Schmeckt der Kakao besser als deutscher Kakao? Ja! Und? Schau, lecker! Das ist ja kalt! Lecker! Lecker? Magst du das? Du? Auch lecker! Lecker? Ja! Ist das was für euch? Schmeckt das besser? Oder dein Brot mit Geschmolzen Käse? Beides! Mamis? Machen wir das jetzt jeden Morgen für die? Ja, vielen Dank! Ja? Also so! Gibst den Daumen hoch! Okay, cool! Für Holland habt ihr so oder so? Ja? Okay! Ja! Ja! Ich hab Furzknoten! Hast du den Furch? Nein! Oh oh! Kennst du das? Guck mal, das ist Ei mit Sucuk! Das ist eine Knoblauchwurst! Sucuk! Also ich probier mal das hier! Wiss ich dir wo ich jetzt bin? Unten! Oh genau! Weil mir das nicht schmeckt! Ne, dann riech mal! Das schmeckt richtig lecker! Das schmeckt gut! Schmeckt dir das? Nein? Oh! 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 Lecker? Mhm! Guck mal! Ich glaub das schmeckt dir richtig! Willst du das Brot mal probieren? Das ist Simit! So ein Sesamtringel! Wie diese Dallami oder Dero oder was genau! Ah! So Beefy mäßig? Mhm! Hehehe! 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 Das schmeckt lecker! Das schmeckt lecker! Okay, da haben wir ja wenigstens etwas für dich gefunden! Hehehe! 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 Apfel! Nach Apfel? Schmeckt dir das? Mhm! Das gibt es im Kinderraten! Das schmeckt mir! Also! Türkische Frühstück! Ja oder nein? Mittel! Mittel! Du sagst ja? Du nein! Oh oh! Okay! Was ist das denn? Was denkst du aus welchem Land das ist? Weiß ich nicht! Das ist aus Amerika! Da essen die Pancakes zusammen mit Eiern und Baten! Und jetzt probieren! Magst du sowas? Nаша! Aber du musst du erstmal probieren um zu wissen was schmeckt! Lecker! Dupt办 balloon go Hyrum Loo Eigentlich müsst du das mit dem essen und zu gucken ob das schmeckt! Das schmeckt aber nicht! Au wa�� Waffelzahn! Ich habe es schon mal probiert. Ja, probier mal noch mal. Weißt du, was ich im Mund habe? Toastbrot? Nein, ein Wackelsaar. Ein Wackelsaar. Zeig. Ah, das hatte ich auch. Ein bisschen schmeckt. Aber ich mag das dann nicht. Schmeckt nicht. Nee? Ja. Komm ich auf der Nadel da? Du kommst nicht aus Amerika? Nein, ich bin doch nicht schwarz. Was machst du? Ich bin aber nicht schwarz. Irgendwie finde ich das gleich wie anders. Ja, okay. Nicht anders. Ich geh schon. Das mag ich nicht. Nee. Nur das mag ich. Nur das Toastbrot. Und das. Ah, okay. Runter, ne? Na? Schmeckt nicht? Okay. Ich will. Kennst du das Land, Vietnam? Fohr heißt das. Schon mal gehört? Es ist Asien. In Asien. In Asien liegt das. In Asien? In der Nähe von China. Ich weiß, dass das mir nicht schmeckt wird. Nee. Willst du mal da riechen? Weiß noch nicht, ob ich das mal. Guck mal so. Mit einer Hand so. Guck mal, dann kann man da reingreifen. So. Lecker. Und wo ich die Getränke immer da... Guck mal, aber wir essen das jeden Tag. Zum Frühstück. Das nennt sich Fahm. Könntest du dir vorstellen, das morgens zu essen? Nein? Und die Suppe hier? Probier mal die Suppe. Also mir schmeckt es nicht. Auch nicht? Das schmeckt mir nicht. Wonach riecht es denn? Nach Kaka. Sieht aus wie nur Petersilie, schmeckt aber ganz anders. Auch nicht? Cool? Ja, cool. Cool, du machst es? Du? Mittel. Schmeckt es die Spaghetti Bolognese? Nee. Irgendwie nach Bolognese. Wieder so. Mit Koriander. Bei dem essen wir so. Großbritannien. Kennst du das? Nee? Sieht das lecker aus? Nee, ne? Ah, Spiegelei. So was hier sieht ein bisschen verrückter aus. Ich nehme nur Spiegelei. Ich habe schon mal Bohnen gesessen, da kann man ganz viel von Frotschen. Also hier Eis, Champignons, Bacon, Bohnen und ein Toast. Mmmh. Welche Bohnen? Diese Bohnen. Willst du mal probieren? Mhm. Mh, aber ich brauche einen Würzeln. Ist immer gut. Was? Schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Lecker. Oh. Nur die Würstchen finde ich da dran besser. Lecker. Aber vielleicht schmeckt dir ein englischer Tee. Also ich finde das nicht so lecker. Schmeckt nicht. Nee. Nur Fentyl-Tee. Fentyl-Tee, no? Also mir schmeckt nur Eis und Wurstchen. Schmeckt nicht. Wonach schmeckt es denn? Hä? Nach alten Socken. Nach alten Socken. Ahaha. Okay. Woher weißt du, wie alte Socken schmecken? Ähm. Schon mal probiert? Nein. Oh. Bitter. Ist das was für dich? Ja. Wäre das was für dich? Mhm. Auf keinen Fall. Und das auch nicht und das auch nicht. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Insgesamt? So. Okay. Was fandst du am leckersten? Äh, das Holla. Natürlich bin ich weg. Äh, du bist alle gerade Schwein. Oh, danke schön. Weil da, ähm, das Streuseltustag und Tatau. Und Tatau. Kakao? Das mit den Streuseln. Ja, können wir den noch zu Ende essen? Oh, ja. Haben wir den noch? Mama, machst du das? Nein, der Arzt. Na klar. Oh, das ist eine super Mann. Und am nächsten Mal ein Holla ansetzen. Jeden Tag. Jeden Tag? Da reden wir noch drüber. Teil Müsli. Nur das. Und zum Mittagessen Spaghetti. Und zum Abendessen wieder das leiche Beifrüstet. Ach, also das mit Streuseln. Das willst du jetzt jeden Tag essen? Okay. Mir hat am besten Holland geschmeckt. Ah, okay. Danke fürs Mitmachen bei diesem Video. Bis zum nächsten Video. Ja. Ne? Tschüss. Danke. Dankeschön. Danke. Bis zum nächsten Video. Ah! Ja, also das war's mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat und je mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und seid mit einem Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Ich glaube, mir auch noch auf unseren Folgen. Ja, das war's dann. Bis zum nächsten Video. Tschau, 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 tschau.